Ich hab sie hier gesehen, hier war sie! Was ist denn hier bloß los? Jetzt! Ja man! Ey! Hat auch lang genug gedauert. Alter! Man kann sich nur zu scheiße anstellen. So, ich hab jetzt noch ein paar mit der normalen Waffe den Körper gegeben. Und das war gar nicht mal so schlecht. Vor allem, die haben mich nicht entdeckt. Das finde ich noch viel interessanter. Oh, ähm, mein Bildschirm will sich gerade ausschalten. Äh, okay. So. Äh, ja. Ich muss ja erstmal hier rausrennen. Plätsche, 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 plätsche! Jihi. BAM! Doppelantat ausgeführt. Und fast keinen XP bekommen. So muss das. Und den letzten, den wir ja schon mal hatten. Nochmal machen. Aber das ist echt nicht leicht, dieses Ding da. Oh, das... Oh, das sieht aber merkwürdig aus. Nö, 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 nö. Komm, ich will einmal Randalen haben nochmal. Schneller! Ja! Bewegung! Der will ich gar nicht. Hallo! So. Genau, hier stehen auch dann überall meine Kumpels. Was? Ziel Leben zurückbringen, ja. Und das Ziel gammelt da oder irgendwo. Ah. Das geschieht dir ganz recht. Oh, shit. Oh, shit. Die wollen hier zur Leiche. Oh! Die wollen alle zur Leiche. Wir bringen dich mal lieber unter die Erde, bevor du zu stinken anfängst. Zack! Oh! Zack! 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 Und alle hier weggeklatscht. So gehört sich das. Haha. Oh, schon mal zehn weniger. Haha. Läuft auf jeden Fall. schon besser wie das letzte Mal. Das war's für dich! Lassen Sie mich! Ich erledige das selber! So hilf mich! Ich sag mal für Aufruhr! Ich sag mal für Aufruhr! Wir wollen dafür, dass sie nicht davon kommen! Löt' den Teufel, wenn du ihn siehst! Hä? Hey! Sie sind nachlässig! Das ist ein Fehler! Sie bewegt sich aber nicht. Ich glaub, der ist ein Fehler. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie... Ne? Weil sie hat sich ja überhaupt keine Gegenwehr gemacht. Ganz entspannt. Vielleicht macht sie das nach dem Rahmen auch nicht mehr. Kann ja gut sein. Was machst du da? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Steh jetzt! Leise! Die Männer, die waren's! Behaften sie mich doch nicht! Die Männer, die waren's! Behaften sie mich doch nicht! Hier ist dein kleines Spaziergang! Hey! Was machst du da? Was hast du gesehen? Wo sind denn meine ganzen Sachen weg? Äh, hin? Steh jetzt! Leise! Die Männer, die waren's! Da! Da kann ich sie auch nicht reinschubsen. Hey! Da kann ich sie aber reinschubsen. Was machst du da? Was hast du gesehen? Steh jetzt! Ich werde... Geh da jetzt rein! Hey! Geh mir nicht auf die Eier! Also tut es auf jeden Fall leichter, weil dann... Hilfe! Das ist deine Entführung! Geh mir nicht auf den Sack! Aber jetzt schratzt sie ja die ganze Zeit rum und... ...macht die anderen auf mich. Hey! 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 Mit euch. So! Oh. Oh. Alter. Mann! Wenn die jetzt wirklich echt klippiert ist, ne? Ich hoffe, die ist ja noch hier drin. So. Ja, das stimmt. Hopp, hopp, hopp. Ich bin auch die Gefällige. Jetzt habe ich die Zeit nicht gestartet. Yeah, Schockenjäger. Ach genau, den Bossfight. Ja Mensch, den machen wir doch mal, ne? Ich will nur mal kurz gucken. Tut mir leid, wenn ich jetzt kurz was aufrufe. Da habe ich die Zeit nicht gesehen. Ja, geil. Die Zeit wird mir nicht angezeigt. Scheiße. Kacke. Tut mir leid, dass ihr es gerade eben sehen müsstet. Stopp! Das ist eine Ausrufe! Ja, klar. Kann mir ja gar nicht angezeigt werden. Ich nehme ja mit Raps auf mich mit dem. Aber nee, ja. Verdammt. Egal. Egal. Schneller! Die haben wir jetzt einfach von außen schon ungefähr, weil wir jetzt nicht flügt sind. Wahrscheinlich schon bei 10 oder bei 11. Noch schlimmer. Ah, kaputt machen! Ah, kaputt machen! Verdammt! Würde es reichen, wenn ich es gedrückt halte. Nee. Weil ich will das Pferd nicht die ganze Zeit los peitschen. So, Bandenweg. Mach den Rucksbeine! Wir haben eine Schlacht zu gewinnen! Oh, yeah! Machen wir sie fertig! Der sitzt zumindest halb fertig. Oha! Oh, einfach nur schulden. Ach ja. Ah, nee. Es wäre jetzt viel zu spät, wenn ich das so sage. Ich muss... Oha! Die Strain und die Blythers haben die Rucks zu einem Bandenkrieg in Lambethop gefordert. Besiegen sie ihn, gehört der Bezirk ihnen. Yeah! Achtung! Ist ein bisschen sadistisch. Oh. Ja, das hatte ich schon das Gefühl, als er einmal da kam, ne? War so ein bisschen... Am besten, ne? Ja. Ich mag ihn. Ja. Er hat einen schönen Gegner- ähm, schönen Gegnercharakter. Um das mal vorsichtig zu machen. Wir werden den Kampf um Lambeth gewinnen! Oh. Da da da. Da da da. Der bringt meine ganzen Kobatres hoch. Das kann ich nicht auf Mese. Achso. Es ist so easy. Ne, das war er noch gar nicht. Nein, nein. Das war er doch nicht. Was hat der da gerade weggeschmissen? Achso. Junge, ich mach dich platt. Ich mir einfach kein Damage mache. Ich brauche nicht sehen. Ich mach dir echt keinen Damage, ey. Der ist echt nicht normal. Junge! Hey. 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 Hä? 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 Was? Alter. Da. Da. Das. War. Fies. Darf ich da etwa nicht drin stehen? Oder wenn er mich dann erstmal hat, bin ich dann am Arsch. Auf jeden Fall habe ich ihm kein Damage gemacht. Das ist scheiße. Und deswegen, äh... Gucke ich mal kurz wegen der Waffe, ob ich die vielleicht wechsle deswegen. Ich muss ja sowieso nochmal bei dem Gürtel gucken. Hahaha. Vielleicht sollte ich ihn auch einfach mal ein bisschen mit der Pistole penetrieren. Hm. Pistole penetrieren. Das ist... Das hört sich gut an. Einfach mal alles wegballern. Zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht, bekomme ich von den Gegnern auch Kugeln wieder? Ich weiß, dass ich Vorhoffmesser wiederbekommen habe, aber Kugeln. Ich glaube nicht. Inventory. Schusswaffen. Äh, ist schlechter. Habe ich nämlich, ähm... Diese Pistole habe ich von Ubisoft. Äh, ist jetzt jetzt. Es gibt ja hier diesen... Ja, den Ubisoft... Ubisoft Club. Und da kann man sich ja so Bonussachen holen mit den Helixen und so. Und da gibt es ein paar Karte-Sachen und so. Und da habe ich mir jetzt einfach mal so ein paar Standard-Sachen geholt. Ich habe auch den hier da bekommen, aber... Äh, ist blöderweise... Schlechter. Hm. Und sieht auch schlechter aus. Kommt noch dazu. Naja. Dass ich dann vielleicht auf den hier gehe. Einfach mal so ein bisschen auf Betäubung scheiße. Einfach mal schauen... Oh, warte mal. Das war noch gar nicht das Neue. Das Neue ist das hier. Oh... Oh... Achja. Da war ja das mit dem Level. Ich erinnere mich. Halbwegs leider. Aber... Es erinnert nichts daran, dass ich einen Gürtel bekommen habe. Ähm... Gürtel? Ich kann doch gar kein Gürtel umhängen. Äh... Das fällt mir auch jetzt erst auf, ne? Hier war das wieder mit dem Level. Genau. Ich habe ja auch, ähm... Montura kann ich euch ja mal kurz zeigen. Ne? Hier mit Elise. Aus Assassin's Creed 5. Und... Evelyn aus... Aus... Assassin's Creed 4. Würde ich jetzt zumindest sagen. Der Name sagt mir nur grad nix. Ne? Habe ich hier so ein paar Verbesserungen. Aber finde ich jetzt nicht so prickelnd. Vor allem mit dem Aus... Das passt einfach nicht. Vom... Vom Sehen her passt das einfach nicht. So, jetzt aber nochmal. Jetzt machen wir sie fertig. Jo, wir machen sie fertig. Jo, wir schaffen das. Hoffentlich. Ja, ich denke mal, wenn ich den dann besiegter bekommen... Ähm... Habe ich bessere Rauchbomben. Könnte ich finden. Mr. Cletus Drain und die Blighters haben die Rooks zu einem Bandenkrieg in Lambeth aufgefordert. Besiegen sie ihn, gehört der Bezirk ihnen. Achtung! Ist ein bisschen sadistisch. Wenn... Pöner den Kampf vom Landessen ausgehört... Denn irgendeine Belohnung außer das das Gebiet uns gehört... Muss es ja bringen. Ich finde das auch schade, dass man, wenn er das eine Lied, wenn er dann kommt, sagt, dass man dann das Sollten nicht den Wasser gesagt hat. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Rauchbombe geschmissen. Das war ein Schick damit. Komm rein, Junge! Ja, ich mache ihm auf jeden Fall mehr Damage. Sofort anhalten, verdammt! Bam! Zack! Und gleich weiter mit ihm! So nicht, Freundchen! Wow! Der hat eine verdammt große Reichweite! Ach du Scheiße! Weg mit dir! Wow! Wow! Ich muss dann echt alles von dem blocken, da ist er richtig asozial! Zack! Ja! Hä? Ich verstehe das nicht! So ein Arsch! Muss ich da etwa zeitnah blocken oder? Ich verstehe das nicht! Habe ich schon gesagt, dass ich das nicht verstehe? Ah! Fähig mir dazu vielleicht, dass ... Nee, im Klimm, das wäre ja Schwachsinn! Das wäre voller Blödsinn! Na gut, ich mache noch eine Folge Dann aber wirklich die allerletzte Und dann hoffe ich mal, dass ich den in dieser Folge auch schaffe Ja, die Frage ist echt, wie ich den Wie ich den besiege Jetzt einmal, bei dem ersten Mal konnte ich ihn ja noch gut blotten Na mal schauen, wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin, haut rein